Jeden Freitag gehe ich einkaufen in der Lidl-Filiale Gougevo, Kanton Fribourg, zusammen mit meiner Assistenzperson. Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich an die Kasse komme, ist sie gar nicht behindert gerecht. Und jedes Mal ist eine Qual, mit dem Band Sachen aufzustellen. Das Schlimmste ist das Bezahlsystem. Es war gar nicht zugänglich. Ich musste mich jedes Mal stützen und alle meine Kraft und Muskeln in Bewegung setzen, zusammen mit der Person, damit ich bezahlen konnte. Also verlangte ich nach dem Filialleiter. Ich fragte, wieso keine behindert gerechte Kasse vorhanden wäre. Und könnten Sie sich da vorstellen, eine reinzustellen, zumindest das Bezahlsystem, weil es war einfach katastrophal. Ich konnte sehr schnell rutschen, Gleichgewicht verlieren und dann Kopfstützen oder sonst noch was. Ich sagte, es gibt doch eine einfache Lösung. Wieso wollen Sie das nicht machen? Er sagte mich darauf, ich sollte dieses Problem beschreiben und an der Konzern mitteilen. Also machte ich. Sobald ich zu Hause war, nahm ich meine Recherchen auf, schrieb die Konzernzentrale in ein E-Mail und beschrieb das Problem. Nach ein paar Tagen bekam ich die Antwort, dass das thematisiert wird und ich würde dann Bescheid bekommen. Es vergangen mehrere Wochen, es geschah nichts. Jeden Freitag ging ich einkaufen, wie immer. Und jeden Freitag fragte ich den Filialleiter auf Neuigkeiten. Leider verjährnte er nicht. Bis einen Freitag nach mehreren Wochen ich den Regionalleiter fand. Ich sprach mit ihm und er wusste, um was es ging. Er sagte, ja, ich verstehe die Problematik. Leider ist es so, Lidl ist eine Privatfirma und sie sind nicht gesetzlich verpflichtet, eine behinderte Kasse hinzustellen. Sie verstehen die Problematik, aber im Moment will die Konzern nicht reagieren. Ich antworte ihm, ja, aber das heisst, dass die Lidl nicht Interesse hat oder nicht unterstützt behinderte Personen, dass sie einfach nicht erwünscht sind. Nach mehreren Wochen, als ich einkaufen ging, kam der Filialleiter gestürmt auf mir. Francesco, Francesco, komm mit, komm mit, ich muss dir was zeigen. Ich sagte, okay, gehen wir mit. Ich rolle hinter ihn und plötzlich stand er da und sagte, Francesco, hier, das ist die neue Behindertekasse. Was meinst du? Ich war paff, ich war überwältig. Ich sagte, wow, das ist nicht nur eine behindertgerechte Kasse, das ist eine super galaktische, behindertgerechte Kasse für Rollstuhlfahrer. Das war Niveau Rollstuhl. Man konnte alles ohne Probleme drauf tun. Man hatte Spass sogar, auf der Kasse zuzugehen und zu bezahlen. Ich war überwältigt. Vor allem auch die Mitarbeiter kamen zu mir und gratulierten für diesen Erfolg. Sie waren alle überwältigt für mich und alle überrascht, dass die Lidl sich das auf sich genommen hat und es umgesetzt hat. Und das Schönste daran war, als der Filialleiter mir gesagt hat, dass die Lidl kommuniziert hat, das wird dann in Zukunft in alle Lidl-Filiale so installiert. Jedes Mitglied ist herzlich willkommen. Vielen Dank.